Die Verlassene Mühle, so heißt, oder Verlassene Mühle, also ich heiße diese Mission bei Splinter Cell Blacklist Folge 24, soweit ich es im Kopf habe, kann aber auch komplett falsch sein. Ne, Folge 25 glaube ich schon. Wir haben Briggs als Scharfschützverstärkung da und was ich zum Beispiel sehr cool fände, wäre, wenn wir den markieren könnten und dann sagen könnten, Briggs, knall ihn ab, aber das geht leider nicht. Wir müssen noch mehr oder weniger allein klarkommen. Dann schaffen wir uns den Typ doch selber vom Hals. Gut, dass der pünktlich geht, sobald wir kommen. Können wir den nicht irgendwie packen? Ah. Gut, nein, das Scharfschützengewehr, verdammt. Ist ja jetzt gut gewesen, hätten wir es mitnehmen können. Können wir es da drüben noch einer? Ne. Okay. Ingenieurzelle überprüfen. Doch, da drüben ist noch einer. Ich sehe nur den Laserpointer. So, da drüben. Ein Scharfschützengewehr wäre geil gewesen. Also eines zeige ich euch in der nächsten Episode, äh, in der nächsten Mission nehme ich auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr mit, egal ob es heißt, wir sind in engen Räumen oder nicht, weil das hat hier auch nicht so wirklich gestimmt. So, da drüben ist noch ein Scharfschützengewehr mit, egal ob es heißt, wir sprechen sehr britisch Englisch, ich mag das. Genau, das ist das, was ich sage. Deckung! Geh doch in Deckung, du Sack! Super, toll. Und schon kommen die... Huch! Ich wollte, das wollte ich... Ja, ja, scheiß drauf, ist eh egal. Wenn wir erwischt, ja. Eigentlich können wir es eh immer vergessen, sobald wir entdeckt werden. So, nochmal neu, ach Gott, jetzt sind wir hier wieder. Ach toll. Ich bin auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausner. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist entlasten, auf dem Zug. Kneipe von hier, alles läuft global. Na? Jetzt komm, beweg dich, hast du vorher doch auch. Alter. Ich dachte, vielleicht geht's mit dem Ausschalten, aber allem Anschein nach nicht. Kann ich da irgendwie hoch? Warum bewegt denn der sich nicht? Hat er davor auch gemacht. Ach, guck mal. Ah, jetzt stehe. Nein, ich wollte eigentlich die Waffe nehmen. Hä, das ist aber gar kein Scharfschützengewehr. Gib mir meine Knarre wieder. Super, ganz toll. Jetzt nimmt er die andere... Warum ist das kein Scharfschützengewehr? Das ist absolut unlogisch. Super, toll. Das war ein schlauer Tausch. Ich glaube, wir haben dem seine Pistole mitgenommen. Na toll. Ich will meine Pistole wieder haben. Oh, Mann. Das läuft mal wieder gar nicht so, wie es soll. Okay, ich glaube, wir gehen diesmal einfach die Route unten lang. Vielleicht ist die besser. Wobei, das sieht der Typ uns genauso. Hier haben wir, glaube ich... Das war knapp. Okay, wir haben nur noch einen Schuss in dem Schockteil. Okay, doch, hier ist es deutlich besser. Hier gibt es viel mehr Deckung. Lauf, schnell. Lauf, schnell. Lauf, schnell. Lauf, schnell. Sauber. Sauber. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich ihn treffe. Das war dämmlich. Das war dämlich. Habe ich noch mehr aufgeschreckt? Oder waren es bloß die zwei? Ich habe den zweiten, der da rumgelaufen ist. Ich habe den zweiten, ehrlich gesagt, zu spät gesehen, der da rumgelaufen ist. Das sieht jetzt wiederum ganz nice aus da hinten. Ich vergesse mal, dass unsere Knarre nicht mehr gedämpft ist. Verdammt. Na, das war jetzt dämlich. So, da geht's rein. Ich gehe nach oben. Ich gehe nach oben. Das ist ein bisschen Munition. Das ist ein bisschen. Ich gehe nach oben. runter unauffällig über die glasscherben laufen und durch den aufzug schacht runter eine ostermannschaft dazu noch profifahrer, wir haben den lkw verfolgt seit er die mühle verlassen hat jeder tunnel der stadt wurde angefahren, es gab mehrere fahrzeugwechsel er ist weg vielleicht brauchen sie die ladung für einen angriff verstehe naja gut also vor chemikern und technikern habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger angst die scharfschützen machen ein bisschen angst so munition sehr gut habe ich jetzt meine knarre wieder? ja perfekt, so was war da grad? Stoff durch, ah ach komm aus, das war nie so was ist das? was ist das? unsere sicht ist irgendwie gestört okay die sind eh da unten ja, was ist das nicht lang genug? du könntest deine minde der behauptet da ist nicht schlecht find 20 mehr wie ihm und du könntest ein Spiel haben Moment mal ich such grad meinen na scheiße haben wir den Schlafgas gar nicht dabei? doch da ist es hier hinten sind noch welche und zwar gar nicht mehr so wenig und zwar gar nicht mehr so wenig ach scheiße ist das schon wieder wenn unsere sicht gestört ist ist das nicht wieder so ein Typ mit so scheiß äh äh mit diesen Viechern da wie heißen die denn? diese kleinen Roboter da die überall rumfahren ach so ich mach schon wieder das Licht sehen mal an und aus ohne es zu merken das lerne ich glaub ich auch nicht mehr ich müsste da rüber oder? ich müsste da rüber oder? hey steh auf los! die Schüsse gefreut was hab ich das für ein Idiot? hey steh auf! Arschloch! bist du tot oder was? meine Güte gut es ist mir jetzt auch klar dass sie da keine Nobelpreisträger einstellen aber ein Schütze! Mann ausgefallen! das heißt gut erkannt ich hallo na wie läuft's ich seh da drin glaub ich Munition kann das sein ah ne das ist über uns verdammt ok hier gibt's nichts mehr dann mal weiter wir haben noch einen Schuss in den Betäubungsding verdammt das verballer ich ein bisschen schnell ok das ist nochmal weiter runter aber auch ne ganz nette Mission hier durch die geh weiter runter Sam die sind anscheinend dabei einzupacken uns läuft die Zeit davon äh dass man so die Stockwerke einzeln durch geht find ich eigentlich ganz cool gemacht da ist Munition perfekt schön glück gehabt da hab ich grad auch zwei Schüsse gebraucht warum auch immer warum auch immer ich meinte ich hätte den mit dem ersten schon erwischt da hinten sind ein paar ich würd die ganz gerne mal mit dem Schlafgas ausschalten das ist nämlich geschickt weil man da sehr schnell sehr viele gleichzeitig erwischt oh da ist ein Laptop das ist so geil dass die überall auch immer die entsprechenden Sprachen sprechen das finde ich sehr cool so Schlafgas hab ich oh das war er nicht Schlafbusses ja das war er aber das war er also gute Nacht ihr drei schlaft gut scheiße so einer mit ner Rüstung verdammt weg hier weg hier weg hier verdammt ich wusste nicht dass die Typen in der Rüstung das überleben also sowohl das äh ja genau findet ihn ihr habt keine Ahnung wo ich bin ich bin wie ein Geist könnt ihr hier drüben Hilfe gebrauchen gehen wir was sind sie denn alle was entdeckt nichts zwei stück sinds noch das ist ja assi dass der eine sogar das das äh Schlaf äh Gas überlebt oder beziehungsweise dem widersteht hier ist nichts ne da ist nichts komm vergiss das die Schüsse kamen von da da die Schüsse kamen von da ich sehe dich also also gegen die musst du echt mit absoluter Brutalität vorgehen aber immerhin haben wir ihn erwischt gut dann würde ich sagen ist das doch eine tolle Stelle um ein kleines Päuschen zu machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ja vielleicht läuft es ja da weiter so gut bis zum nächsten Mal tschüss bye-bye